Keith Lee spricht über Absagen von WWE. Beim After the Bell Podcast sprach der NXT Superstar Keith Lee über seine vielen gescheiterten Versuche von WWE unter Vertrag genommen zu werden. Lee habe insgesamt drei Tryouts bei der WWE gehabt, in den Jahren 2008, 2011 und 2013. In allen drei Fällen wurde ihm kein WWE-Vertrag angeboten. Da Lee sich für seine Wrestling-Karriere unsicher gewesen war, sprach er unter anderem mit Dusty Rhodes und William Regal. Ihnen spricht Keith Lee zu, dass er ohne sie seine Karriere sehr wahrscheinlich nicht weitergeführt hätte. Inzwischen habe er einige Meinungen geändert und unter anderem den WWE-Chairman Vince McMahon auf seiner Seite. Weiterer Teilnehmer am Royal Rumble Match? Fightful.com und der Pro Wrestling Insider berichten derzeit, dass Kane am Sonntag im Royal Rumble Match stehen soll. Zuletzt trat das große rote Monster bei der aktuellen Smackdown-Ausgabe auf. Seth Rollins verkauft selbstironischen Merch Über den Twitter-Account seiner Black & Brave Wrestling Akademie veröffentlichte Seth Rollins Bilder von neuen Merchandise-T-Shirts. Diese zeigen ein Jahrbuchfoto eines jungen Rollins mit der Aufschrift Not Cool. Viele Fans haben wohl um diese Umsetzung gebeten, die nun vollzogen worden ist. Wird WrestleMania zukünftig ein zweitägiges Event? Justin Labar berichtet, dass aktuell in der WWE Pläne diskutiert werden, WrestleMania an zwei Tagen stattfinden zu lassen. Ein Grund dafür wäre vor allem die Länge der Show von über sechs Stunden in den vergangenen Jahren. Mit der Verteilung auf zwei Tage könne man vorbeugen, dass die Fans schneller das Interesse an einer Vielzahl von Matches verlieren. Schon ab WrestleMania 37 wäre dieses Konzept möglich. Favoriten auf Rumble-Sieg Kurz vor dem Royal Rumble haben die Wettanbieter mittlerweile ihre Quoten für die Sieger beim Royal Rumble veröffentlicht. Bei den Männern heißen die beiden Top-Favoriten Roman Reigns und Brock Lesnar, gefolgt von Cain Velasquez. Bei den Frauen sehen die Buchmacher Shayna Baszler als klare Favoritin. Alle wichtigen Entwicklungen und Ergebnisse in der Diskussion, das gibt's bei uns auf dem Spotfight-Podcast-Kanal. Reviews und Wrestling-Talks zu Raw, Smackdown, All Elite Wrestling und vieles mehr. Klick gern mal rüber.